Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des CS Godwands Kalenders 2018 und heute ist ja Tag Nummer 13. 13 ist ja wie bekanntlich eine Unglückszahl, nur heute finden wir drei Boys von dem es eine Glückszahl ist. Warum drei? Weil natürlich wieder drei Preise rausgehen. Boah, du machst krasse Moves hier. Wusste ich gar nicht, dass es irgendwelche Animationen oder so ein Shit gibt. Nice. Auf jeden Fall. Zu den drei Preisen. Die drei Preisen von heute. Von heute. Was laber ich hier? Zu der erste Preis wäre mal ein Klatschkey. Dann Preis Nummero zwei wäre eine Nova Hyperbeast in Geertestet. Sieht man aber gar nicht so wirklich, dass es eine Field Tested Condition ist. Weil die eh so bunt ist. Ist ein hübsches Ding. So und der dritte Preis wäre dann für heute eine M41 ist Dezimeter in Minimalware. Die Gewinner von gestern setzen heute wie immer auch aus. Wir sind dann ab morgen wieder mit dabei und die Gewinner von heute werden dann morgen dafür aussitzen. Weil wie gesagt, jeder Gewinner wird einmal einen Tag aussetzen, damit halt dann auch die anderen Boys da mal Luck haben. Die Gewinner werden auch wie immer von den Kommentaren des gestrigen Videos gezogen. So. Der erste Gewinner, der Gewinner von dem Klatschkey ist Wunderschatten. Die Mortis sieht nice aus. Danke, Matt. Die Mortis habe ich mir auch echt speziell rausgesucht. Weil sie mir gefällt und halbwegs günstiger Skin ist für den Adventskalender, weil es gibt ja die anderen AWPs, was mir so gefällt, die kostet ja teilweise über 20 Euro oder noch mehr. Das ist ein bisschen problematisch. Aber wie gesagt, oder habe ich schon gesagt? Ich weiß es jetzt nicht. Wunderschatten, für dich erstmal Glückwunsch für den Klatschkey. So, der zweite Preis war ja die Nova Hyperbeast in Phil Tested. Und der Gewinner von diesem Schmuckstück ist Bob der Baumeister. Nicht Bob der Baumeister, sondern nur Bob Baumeister. Schon wieder nichts gewonnen. Och, sei nicht traurig. Heute hast du ja eine Nova gewonnen. Glückwunsch mal an dich an dieser Stelle. Und der dritte Preis war ja dann die M41S Dezimeter in Minimalware. Und die geht heute raus an Wusel Wusel, die Z-Mates. In dem Fall auch GZ an dich, Wusel. Die Gewinner werden, wie immer, unter den Kommentaren des gestrigen Videos dann kontaktiert. Dort antwortet ihr mir dann einfach mit eurer Tradewell. Und der Skin bzw. der Key wird euch in den nächsten 24 Stunden dann zugeoffert. Langsam aber sicher werden die Skins auch schon immer weniger, sehe ich gerade. Was haben wir denn hier noch? Dreimal eine Pharma Swirl Cage. Dann hier noch ungefähr geschätzt, sage ich mal 15 Keys. Zweimal eine Nemensis in FN. Zwei Chatterboxen. Dann noch zwei Dezimeter. Drei Acker Red Lines in Field Tested. Jetzt haben wir dann noch zweimal eine AWP Mortis. Dreimal die Pee-Pee-Bison Judgement of Anubis. Zweimal die OMP Primal Saber. Zweimal die Nova Hyper Beast. Habe ich denn auch noch zwei Stück. Und dann noch drei Stück von der M41 SRX. Ach ja. Und bevor wir dann noch vergessen. Als Hauptpreis habe ich hier für den 24. Dezember einen Bowen Knife Knight in Minimalware. Also hypt euch rein auf dieses Ding. Und bevor ich jetzt dann unter diesem Video wieder gefragt werde, wie ich den Gewinner von dem Knife ziehen werde. Ich werde den Gewinner von dem Video mit den meisten Kommentaren ziehen. So Jungs, ich habe mir jetzt kurz mal die Statistik angeguckt. Und voraussichtlich wird es momentan das CSQ Adventskalender Nummer 10 sein. Also Folge 10 oder Türchen Nummer 10, wie man es nimmt. Aber dieses Video hier wird voraussichtlich das Video sein, wo ich den Gewinner von dem Hauptpreis, also von dem Bowen Knife ziehen werde. Weil es bis jetzt das Video ist mit den meisten Kommentaren. Und warum ich voraussichtlich sage, ist ja, deswegen sollte ein Video bis zum 24. Dezember mehr Kommentare haben als dieses Video hier. Und hier werde ich dann den Gewinner von dem Video mit den mehreren Kommentaren ziehen. Warum? Ganz einfach, weil ich einfach möchte, dass so viele Leute wie möglich eine Chance auf das Knife haben. Beziehungsweise so viele Abonnenten von mir. Aber ich werde es dann auch so handhaben, dass ich dann, sage ich mal, ab Montag nächste Woche dann täglich erwähnen werde, welches Video es momentan ist. Also welches Video momentan die meisten Kommentare hat, damit ihr einfach euch auch darauf einstellen könnt. Und täglich halt auch immer wisst, okay, das wird das Video sein, das wird das Video sein, das wird das Video sein. Dass ihr da einfach mal Bescheid wisst. So, und an all die Boys und Girls, die was heute zum ersten Mal einschalten und sich fragen, jo, was ist denn hier los? Wie kann man denn hier teilnehmen? Oder was gibt es zu gewinnen? Ich meine, was es noch zu gewinnen gibt, beziehungsweise was jetzt noch so rausgeht, habe ich ja vorhin erwähnt. Der CSGO Adventskalender ist ein Format von mir, wo ich täglich vom 1. bis zum 24. Dezember ein Video hochlade, in dem ich drei Preise für Giveaway oder vielleicht auch mehr. Overall geht eine Preisvalue raus von 400 Dollar, beziehungsweise ein bisschen sogar mehr als 400. Und ja, am Ende, beziehungsweise am 24. gibt es ja dann noch ein Hauptpreis und das Bowie, was ich ja vorhin gezeigt habe. Was müsst ihr machen, um beim CSGO Adventskalender mitmachen zu können? Es ist ganz einfach, ihr müsst im Prinzip nur ein Abonnent meines Kanals sein, ihr müsst das Video hier positiv bewerten und ein Kommentar unter diesem Video schreiben. Dann seid ihr bei der morgigen Ziehung mit dabei. Und bei der übermorgigen Ziehung mit dabei zu sein, müsst ihr dann ein Abonnent meines Kanals sein, also das ist sowieso immer gleich. Und dann müsst ihr das morgige Video positiv bewerten und ein Kommentar unter dem morgigen Video schreiben. Weil ich werde die Gewinner immer von den Kommentaren des letzten Videos ziehen. Das heißt, wenn ihr hier kommentiert, seid ihr nur bei der morgigen Ziehung mit dabei, aber nicht bei der übermorgen. Also Tag 15 dann seid ihr nicht dabei. Dann müsst ihr dann beim Tag 14 wieder kommentieren. Also dass das klar ist, weil da, ja, ist auch nicht gleich mal so jedem klar oder so. Dann würde es mich auch mal interessieren, wer sich von euch meine Videos immer bis zum Ende anschaut. Schreibt mir einfach mal Hashtag IchBinHyped in die Kommentare, dann weiß ich auch mal, wer da die Ehrenmänner unter euch sind. Dann wünsche ich euch auch nur noch einen angenehmen, schönen Donnerstagabend. Viel Glück für die morgige Ziehung. Dann sage ich auch nur noch Ciao und bis morgen. Euer Alex. Bis zum nächsten Mal.